Als Wirtschaftsstadtrat der Stadt Graz freue ich mich, dass der Graz-Gutschein so eine tolle Erfolgsstore geworden ist. Im letzten Jahr haben wir um 12 Millionen Euro Graz-Gutscheine verkauft, die dann auch bei Grazer Unternehmen eingelöst werden können. Sie erhalten den Graz-Gutschein bei der Holding Graz am Andreas-Hofa-Platz. Sie können ihn bei 800 Unternehmen in ganz Graz einlösen. Damit wird Steirische und Grazer Wertschöpfung gefördert und gleichzeitig können Sie etwas Sinnvolles schenken. Also ich freue mich, wenn Sie diese Idee aufnehmen und einen Graz-Gutschein für Ihre Freunde und Verwandten kaufen. Hier am Andreas-Hofa-Platz im Graz-Gutschein-Büro ist das gesamte Jahr über und besonders in den Wochen und Monaten vor Weihnachten viel los. Als direkter und erster Ansprechpartner managt das vierköpfige Graz-Gutscheinteam den Verkauf der Gutscheine. Anfragen von Partnerinnen und Kundinnen sowie die Rücklösungen der rund 800 Partnerbetriebe werden bei uns abgewickelt. Auch Gutscheine, die über den Online-Shop gekauft werden, werden kuvertiert und für den Postversand vorbereitet. Wer auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk ist, liegt mit dem beliebten Graz-Gutschein sicher richtig. Den Gutschein könnt ihr direkt hier bei uns oder bequem online kaufen. Er kann aber auch als Print-at-home-Variante in individueller Stückelung schnell und einfach zu Hause ausgedruckt werden. Egal wofür ihr euch entscheidet, wir freuen uns auf euch und wünschen eine schöne Adventszeit. Egal wofür ihr euch?